Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Deathrun auf dem HiFMC.eu-Server. Wir spielen eine Runde Deathrun hier und da schreiben sie schon alle HiYouTube, also zumindest ein paar. Und ich würde mal sagen, ich würde sagen, welches Beta mögen, aber ich vote einfach mal. Oh, ich wollte für Legacy, jetzt wollte ich für... HiCity ist jetzt auch egal. HiYouTube schreibt gleich der nächste, mega geile LP, das ist auch ein Deutscher. Und Legacy hat gewonnen, nice try, hoffentlich wird es eine gute Runde, gleich der nächste schreibt YouTube. Der andere schreibt auch HiYouTube, GLH and HF everyone, GLHF schreibe ich auch mal. Ich bin übrigens ein Speedster mit 36.855 Punkte und wie ich bereits sagte, wird die Map Legacy gespielt. Gut, dann fangen wir direkt mal mit der Runde an. Das Video wird es wahrscheinlich, denke ich, am 11.8. on kommen. Ich werde es am 10.8. abends schneiden und ich nehme es am 10.8. nachmittags auf. Das ist übrigens die Map Legacy jetzt hier. Es gibt auch von, ich glaube, soweit ich weiß, ist Jungle Base Beta von Deutschland erbaut worden. Und zwar einmal von dem Mr. Baukünstler und Chairman LPYT oder so irgendwie. Wenn ich mich gerade nicht höre, kann man auf die Köpfe sich stellen. Nein, schade. Das hätte ich gerne gemacht. Ähm, ja, gut. Gestern war erst ein Deathrun-Turnier, da habe ich es heil genommen und wurde auf dem Tournament Platz 20. Ich werde auch ein Ding in die Beschreibung packen, wo ihr alle angucken könnt. Und ja, es gab einen Suchti, der Begebros, der hat durchgesuchtet von Samstagnachmittag 15 Uhr bis Sonntagnacht. Dauerhaft. Ich finde, dieses Verhalten ist wirklich krankhaft. Ist ein bisschen zu abnormal, Leute. Das sind ja wirklich stabile Deaths, die wissen nicht, was sie machen. Sonst so viele Steves, Junge. Uh. Oh, Leute, habt ihr das gesehen? Das nennt sich schon... Das war gut. Alter. Alter, habt ihr das gesehen? Wie knapp. Knapp. Der Rettung sagt Jungen Elber. Warum springt der nicht, Mann? Scheiße, Mann. Das nennt sich Längen hier. Boah. Scheiße. Entschuldigung. Sorry, 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 Leute. Ich will keine Leute hier beleidigen. Tut mir leid. 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 Ich denke, ich schneide. Da macht er einen kleinen Biebton rein. So. Ich denke einfach mal, das wird jetzt noch... Komm her, Minion. Geiler Minion. Der lässt mich jetzt hier richtig schön durchverrennen hier. Hey. Noob. Ich pass auf. Schieß. Oh Gott, Leute. Habt ihr das gesehen? Ja, das ist eine gute Runde. Das merkt man hier auch gleich nochmal. Zwei Tore. Ja, okay. Das passiert ausgrund der Fails hier. Geiler Typ, muss man sagen. Oh, scheiße. Leute. Ich denke einfach mal, dass ich an diesen Emerald Blöcken jetzt nicht mehr scheitern werde. In Zukunft. Das habe ich nämlich nicht mehr vor. Hab ich euch gesagt, Leute. Und erster Legacy. So sieht's aus, Leute. So sieht's aus. Das SB-Board schneide ich nachher auf jeden Fall mit einem Pieps raus. Denke ich einfach mal, dass ich das machen werde. Gut. Und dann gehen wir noch eine Runde. Jetzt zeigen wir euch natürlich gleich noch die Platzierungen. Da spektakten wir einfach noch ein paar Leute. Schauen wir mal. Alter, guck dir vor den Navigator an. Fast alles nur Steves hier. Ein Mädchen. Zwei Mädchen. Da noch ein Junge mit zu gehen. Der Rest alles nur Steves. Alter Hunter Killer. Zwei Hunter Killer. Zwölf. Und Ninja Valley zum Beispiel. Der Th... 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 Jetzt просuchen dich auf Skype angeschrieben. Das werde ich gleich mal lesen. Und hier sind wir! Der erste Platz! Wir haben 79 Punkte mit zwei Tonen bekommen! Dann gibt es jetzt eine nette Aufnahme Pause, wir sehen uns. Danach wieder! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüss! Sehen wir direkt wieder hier ist einer der Cheetah, das ist ein Rang hier, wer man glaube ich bei 100.000 Punkten bekommt. Wie gesagt, ich bin ja der Speedster, bekommt man bei 35k, also 35.000 Punkten. Ich glaube, den nächsten bekommt man bei 50 oder 55k, ich weiß es nicht. Es führt auf jeden Fall Aaron Ruins, danach folgt sofort Legacy und The Prison und Random Map haben auch ein Vote und kommen wahrscheinlich als dritter Platz derzeit. Da schreibt irgendwer, you recite, äh, Papidog, äh, ich, meine Liste ist leider voll. Aaron Ruins auf jeden Fall hat gewonnen, da haben, das habe ich schon mal aufgenommen, die Map, da habe ich mal richtig gefällt im allerersten Mal. Ich hoffe mal, dass es einfach nicht mehr passiert und ich bin Deathr, ich schreibe nochmal, say hi to YouTube. Und ich bin Deathr, Leute. Loll, was ist das hier, auf dem Map habe ich eigentlich wirklich noch nie gedeatht. Hello YT, bye. Das sage ich auch immer, Leute, immer das selte sage ich auch. Auf jeden Fall, ich... Uh. Auf dem Map habe ich auch noch nie gedeatht. Leute, ich bin kein guter Deathr, das sage ich euch jetzt schon mal hier im Voraus. Ich bin nur, ich bin einer der guten Runner, ich mache pro Death vielleicht 20, 30 Kills, falls überhaupt mein Rekord war, glaube ich, 35 Kills und mein wenigster war 8 Kills, soweit ich weiß. Aaron Ruins, a Map bei Team Nektar, alias Team Nektar Rene, einfach. Schauen wir, wie es mal so die Map an. Deathrun, a-c.com creation. Darunter habe ich noch so eine Meldung. Is that right? Yes. Das muss ich ganz kurz in der Meldung wegmachen. Geh einfach. Uh, das war schon mal ein guter Start, auf jeden Fall. Ja, wo war der Knopf? Ach, scheiß drauf. Ich verstehe es nicht. Giant Trap! Continue, der macht weiter. Das ist auf jeden Fall komisch, wie ihr hier seht. Na, schade. Was soll das für Trap sein, Leute? Ehrlich, ich sag's euch. Das ist nichts. Boah, das ist schwer, Alter. Was ist das? Boah, was soll das denn sein? Ich kenne dieses Trap, aber... Ich kenne diesen Trap, aber er nützt einfach nichts. Kann ich mal schneller laufen? Ehrlich, jetzt. Oh, Leute, ich sag's euch doch. Ich bin da nicht... Ich bin da... In dem Moment bin ich einfach als nichts. Und als Desser hier sieht man. Das ist jetzt auch schon ein weiterer Beleg dafür. Immerhin. Immerhin hier noch. Das erste Stray. Nein! Oh! Oh, Junge! Nummer 12. Oh, schön! 20 Kills auf jeden Fall. Da war ich jetzt doch nicht allzu schlecht derzeit. Yep. Ich hab mir noch einen Kill gemacht. 21. Komm, komm, komm! Aktivierig! Scheiß Trap. 22 Kills. Komm, geh! Haha! Shit! Ich hab's euch doch gesagt. Ich bin nicht so ein guter Trapper hier. Boah, wird grün! Okay, dann schafft ihr's halt nicht, okay. Macht! Benz! Immerhin! Ihr habt's nicht geschafft! 23 Kills. GG. Wie lange nehmen wir denn auf? 9 Minuten. Zwei Runden dran gehängt. Wow! Oh, Steve. Ja, das denk ich mir auch. Die meisten sind hier Steves. Ich hab eine Runde... Runner, eine Runde Trapper gemacht. Den Emerald durch noch ganz kurz ein. Jetzt schaut euch mal meine Tokenzahl an. 54.470 und 8 Gradits. Eigentlich müsste ich 25 plus geschrieben bekommen. Wegen dem Turniergewinn. Aber leider, was soll's. Immerhin. Ich bekomme das in den nächsten Tagen. Das ist wahrscheinlich gut geschrieben. Sonst schreibe ich mal den Support an. Und das war's dann mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann haut doch mal den Like-Button raus und lasst mir ein Like da. Wenn euch mein gesamter Kanal fällt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auf den Abonnieren-Button haut. Und das war's dann. Vielleicht am Favorisieren, wenn ihr dieses Video sehr mögt. Haut dann vielleicht auch auf den Favorisieren-Button. Gebt mir vielleicht, wenn ihr Lust habt, ein Feedback in den Kommentaren habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir beenden nun den Part. Ciao! Ciao!